Okay, hallo Leute, herzlich willkommen zum zweiten Video auf dem Kanal. FabCrofter. So, ähm, wie ihr vielleicht noch nicht bemerkt habt, wir befinden uns hier nicht bei Star Wars in Pirate War, sondern bei allem anderen Spielen nennt sich Terraria. So, ich hab jetzt vier Spiele ausprobiert. Eins auf dem alten Rechner und jetzt befinden wir uns auch gerade auf dem neuen Rechner. Mit natürlich besserer Performance, etc. Versteht sich, glaub ich, von alleine. So, auf dem alten hab ich mehrere Versionen von Star Wars in Pirate War, Zusatzpacks, etc. Alles mögliche Patches, Tikes, probiert, Zeugs und so, aber funktioniert nicht. So, hab ich mir gedacht, okay, wechseln wir mal zum anderen Rechner. Was gibt's hier noch so für Windows 8? Teil hab ich probiert, Star Wars in Pirate War, klar, logisch. Need for Speed, ein älterer Need for Speed, Teil hab ich probiert. Neuer, dann hab ich mich eh nicht bewagt. Aber die Aufnahme ist nicht ansehnlich. Ich kann es nicht spielen. Und das ist das Codec. Dann hab ich mir gedacht, okay, so, jetzt probier ich's bei Minecraft. Minecraft, Minecraft. Hat gelaggt wie Sau. In Games Town hab ich jetzt natürlich leise gestellt, weil das war ja bei dem Star Wars in Pirate War Teil. Verdammt zu laut. Entschuldigung dafür, aber jetzt hab ich's runtergelegt. Untergeregelt. So, ich hoffe, ihr konntet alles halbwegs verstehen. Ich konnte nicht alles halbwegs verstehen, jetzt hab ich mir das Video angeguckt. Aber, 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 aber... Ähm, ja. War jetzt nicht so wichtig. Gut, Minecraft ist auch übelst gelaggt. Also, nicht, ich, ich kann, ich kann immer super spielen, aber dann die Aufnahme. Fast so, als ob OBS nicht genug Leistung zugewiesen wird. Schreibt mir da mal in die Kommentare, was ihr dafür, äh, Tipps habt. Auch, dass hier oben das nicht mehr steht. Klientblöcke nicht für, nicht für Kinder unter 5. Super. Hm, dass das auch nicht mehr steht. Ich hab jetzt schon die Task-Leiste schon runtergemacht. Aber, ja. Kann man nix machen. Was da oben, weil, äh, wenn ich auf Vollbildmodus gehe, dann zeigt er mir Black Screen an. In der Aufnahme dann. Ich kann schon spielen und so, das ja. Aber in der Aufnahme zeigt er mir nur noch Black Screen an. Das heißt, ich hab nur noch Ton. Ton hab ich ja, aber Bild eben nicht. Gut. Ja, Ton hab ich eben beides. Auch in einem Sound und mich hör ich mich sehr. Das heißt, nur der Bild, nur Bild funktioniert halt nicht. Game, Aufnahme und, ach, was, ja, weiß der Geier, was für Sachen probiert. So. Dann hab ich mir gedacht, okay. Wenn man PC das nicht schafft, dann hab ich, glaub ich, keine Möglichkeit mehr aufzunehmen. Ähm, ich hab's probiert mit Happy Wheels. Ja. Happy Wheels ist ein bisschen blöde zum Aufnehmen, weil man es hinschneiden muss und so. Aber das hätte ich dann auch schon geschafft. Hätte ich auch schon geschafft. Heißt, ich hab's nicht geschafft, weil ich momentan WLAN Probleme hab. Punkt eins. Aber das hat sich dann gelegt. Und, ähm. Performance. Es hat wieder gelegt. So, und dann hab ich mir gedacht, okay. Jetzt probier ich's nochmal Terraria. Von drei Tagen, oder so hab ich das jetzt immer probiert. Dieses, dieses Happy Wheels da, genau. Happy Wheels hab ich's vor drei Tagen ungefähr probiert, keine Ahnung. Ja, und jetzt probieren wir's bei Terraria. Gut. Ähm. Ich werd mir einfach mal einen Charakter erstellen. Glaub ich. Ja. Den brauchst du nicht beachten. Ich. Okay. Haar, keine Ahnung. Das braunes Haar. So. Äh. Eher. Eher. Was ist das? Augenfarbe. Grün. Und ja, was ist meine echte Augenfarbe? zum teil und ich habe so eine mega mixed color augenfarbe ich habe so gelb drin oder so aber nicht dass sie jetzt denkt irgendwie für mich ja so komisch mit ein auge gelb ein auge blau oder so alles schon normal aber ich hab da halt die verschiedensten farben mit implementiert ja okay es klingt komisch mit implementiert aber naja egal kleidung lassen wir einfach mal so kann man ja ja nicht mehr ändern wir bleiben am ende wir gehen zu medium core weil hat kam ich keinen punkt drauf das finde ich okay und das finde ich zu soft medium bin ich ganz okay so erstellen wir das ganze mal und das schaut die haare und so sind natürlich nicht wie ich jetzt in wirklichkeit aussehen es dürfte eben klar sein weil ich weil ich das dann wieder unten wie das steht irgendwie ich kenne es von größeren als player das hat dann ja du schaust so aus oder so ich will einfach nur noch nicht so viel von mir preis geben vielleicht werde ich irgendwann mit facecam aufnehmen ich weiß es nicht aber ich möchte jetzt nicht auf jeden fall auf jeden fall nicht all das mit meiner sprache los ich möchte auf jeden fall es nicht so machen dass jetzt direkt facecam macht mich jeder kennen ich mich später dafür äckere weil ich keine fest können möchte wie keine ahnung glp oder so ja okay dann erstellen wir den ganzen charakter name okay ich weiß das ist mega ja mega ein langweiliger name aber ja bin ich denn blöd die akzeptieren einfach mal gehen da drauf erschaffen eine neue welt okay youtube 1 akzeptieren gut jetzt mal jetzt könnt ihr jetzt generiert es wahrscheinlich wirklich gerade ja danke so stellen die unterwelt macht die welt böse gewässer verteilen da geht es ja einfach an dem minecraft welt zu generieren ich finde es cool dass die löser auch anzeigen so aber gut ja die übersetzung ist es nicht so geil gelungen ja die ist manchmal ein bisschen gleich google übersetze aber juckt nicht so und schon sind wir gleich da okay ich hoffe wir holen uns mit der kraft kraft ab ein neues mit der kraft von kraft ich bin das wie gronk in seiner ersten minecraft folge ein bisschen weiß ich schon aber nicht viel ja ich hole mir erst mal bisschen holz auch was kraft angeht da bin ich ja wirklich auf eure hilfe auch mit angewiesen sehr geil mich da unterstützen könnte und ich kann mir schon vorstellen dass es ein längeres display wird wenn jetzt eben es nicht leckt ich werde es hier hochladen einfach um zu zeigen dass ich mir mühe gegeben habe auch damit ich euch mal die botschaft hier ein video vermittelt habe und nicht um euch jetzt ein video zu geben oder so das auch klar ich bin scheiße hat um der redbox ich habe eindeutig zu viel mannschaft gespielt okay holzklappe holen monstig sagt hier nochmal an ein paar bäumen ich habe mir auch ein bisschen was von glp und sommer reingezogen als jeder bisschen jetzt plätern ja wer kann sich noch erinnern glp wasser wasser fetisch ja genau wasser fetisch glp ist wasser fetisch aber ehrlich wie krieg ich dieses ganze wasser weg zum beispiel das würde ich super gerne weg bekommen schreibt mal in die kommentare wie man das gut weg bekommt und so kann man natürlich auch ich dachte das wäre irgendwas aber gut so dann machen wir uns wieder So, dann machen wir's wieder. Okay. Achso, Spitzherrkopf. Ja, das ist immer mal ein bisschen komisch. Oder was heißt komisch? Ich hab einfach zu viel Minecraft gespielt. Das ist alles. Ah. Gut, so kann man die auch erbauen. Ein paar will ich ja stehen lassen. Schön auszuziehen. Okay. Nein? Kann ich nicht? Dann machen wir mal unsere Workbench hin. Perfekt. Ha. Perfekte Höhe, weil dann kann ich noch drüber hüpfen. Aber die Monster soweit, ich weiß nicht. Aber verbessert mich wirklich, weil... Ich sag bestimmt in diesem Projekt einiges... Einige Scheiße. Ein Fishing Bowl. Und... Es gibt Wundenteile. 20 Holz. Oh, geil. Sieht mit keiner kann am Schauen. Ja, why not? Das ist heute mal entriegelt gespänt. Entriegeln, wann sie mal... Verletzen. Ja, geil. Geil. Geiles Holzschmerz. Oh. Oh. Geil. Ja, ne? Den hab ich jetzt nicht kommen sehen. Aber der ist auf jeden Fall schon einiges stärker. Wahrscheinlich auch deswegen... Ah, okay, gut. Perfekt. Gut in Gebrauch genommen. So. Wir brauchen ein Niesel. Ey, ich hab' eigentlich gesagt, dass wir direkt dann runter gehen. Oder Dreckwand. Holz. Machen wir uns schon mal 100. In der Hoffnung, das reicht doch ungefähr. Wird wahrscheinlich nicht reichen, ist klar. Nein, ich hab' die Fliebe auf die Fliebe. Ah, okay. Ah, sei da? Mist. Der ist ja zu... Der schlägt jetzt nur nach oben. Ich dachte, der macht das so fies. Kupferschwert so nach vorne. Habe ich jetzt grad nicht bedacht. Soll aber keine Ausrede sein, weil... Ausreden sind scheiße. Wo sind meine... Habe ich keine mehr oder was? Ja, lol. Okay. Dann machen wir uns Holz. Handeln. Ah, meine Sprache heute. Unglaublich. Lol. Ich hab' irgendwie... Mega... Ne... Kann man das Verzauberungen nennen? Effekte. Oh, ich weiß es nicht. Das sind einfach mal meine Verzauberungen. Und soweit ich geil sehe. Ich weiß jetzt nicht, ob's irgendwie Verzauberungen gibt. Äh, verwässert mich da. ich meine jetzt nicht ob das so wirklich was bringen würde ok tempo schon kritische treffen ok 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 was ist auch erst mal von ich kann auch holz aus holz wenn also ach so ich kann es wieder zurück kraften ok dann wo sind die heute die dürfte eigentlich reichen so und jetzt haben wir unsere holzwände ok krass hätte ich etwas von dem part bewertet abonniert wie ihr wollt und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder je nachdem ob man es angucken kann nicht das projekt weiterführen kommt auch auf euch an gibt einfach mal eine bewertung eine positive mal für ja das projekt kann weitergehen ist in ordnung obwohl schreibt mir in die kommentare schreibt mir alles in die kommentare und der gott ist und ich guck mal hier das ok scott das gott nicht verrückt ok bis zum nächsten mal ciao leute